Ja und ein herzliches Willkommen an Zeug zu Naruto Ultimate Ninja Storm Ja 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 Ähm hmmm Ja, mir ist gerade ein Fehler passieren, nämlich Dass irgendwas in einem Video gestartet am PC Und das nimmt natürlich mit auf, weil, ne Ja, hm Also, ja Der Kampf hier ist jetzt Koronai Ich habe auch Gaimes dabei, Kakashi Gegen kugelrote Wolken Jetzt sind die Akatsuki Die filtrieren die Und es beginnt ja Ich meine, ne ja, so mal alles Jetzt haben wir einen zweiten Nebennistcharakter Ah, ne, nicht Kakashi Nämlich Itachi Der Unheil... Alter, der Unheil... Der ist so... Der ist ein bisschen unheimlich Ich finde Itachi wirklich ein bisschen unheimlich Ich fahre hier Hier habe ich ja Ich fahre hier Vö bootstrid Ich fahre einfach Itachi Unter Fahre Kem Bei auch deine schwache abwendig mein freund alter für gennutzer gennutzer wenn er nicht total alter der kämpft aber hier boah da treibt er nicht mann der mann sein ultimate endet ich will das jetzt gar nicht ich will das hier endet mann wenn ich einen angsturm machen alter Nein! Nein! Oh Mann! Erster Kampf verloren. Die ist nicht ausgewichen. Ich konnte nicht mehr Jutes des Tausches machen. Da haben wir unseren ersten Kampf verloren. Oh, das ist Mikey Fertig. Oh, was er? Ich bin der Kampf. Oh, das ist Mikey Fertig. Oh, das ist Mikey Fertig. Oh, das ist Mikey Fertig. Oh, das ist die Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bumm, da hast du nie aufgepasst! Boah, was kriegst du jetzt zurück, Hitachi? Ich will immer Kakashi sagen! Ich will immer Itachi! So! Kriegst du alles wieder! Was du warst! Alter, schon wieder! Dieses Bild wackeln, was ist das? Das ist doch das zweite Mal! Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor! Äh, nicht so häufig, ey! Ich hoffe gar nicht mehr! Mann, ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft... Mhhh, naja! Ne, daran liegt nicht! Am Bild kann es eigentlich nicht liegen! Warum wackelt das, wenn man nicht mal so ist? Man kann mal... Es hat mich halt nur noch einen Kampf gewackelt! Ja, ist ja gut! Ja, ist ja gut! Wir haben Missionen freigeschaltet! Neu, ich hab nur X gedrückt! Ja, super Naruto! Ja, super Naruto! Ja, super Naruto! Gut, schau's drauf! Neulich haben wir diskutiert, welcher der neue Gegenden der schnellste ist und der größte Sprungfähigkeit hat! Eben so! Okay! Ja! Ja! Eine B-Mission also! Seine Sprünge zu kontrollieren? Ein guter Ninja muss... Überlegen... Sprungfähigkeit vorweilen! Trainiere deine Sprünge... Um höhere Ränge zu erklimmen! Haben wir... Ziel... Eh, 65... Das ist die Mission, die ich denke, dass diese ist... Sprungfähigkeit... Was? Oh, hey! Ich wette, ich bin gleich... Wertig, wenn ich... Schattenaufleger verwende! Gut, Zeit fürs Training! Boah! Oh, ich hasse das! Ich hab diese Mission noch nie... Geschafft! Ähm... Oh, was ist denn gar nicht? Ich hab diese": Oh, komm da und wo! Aufstehen! Aufstehen! Auchstehen! Oh, Aufstehen! Oh! Mal ganz schön! Okay... Okay. Der kann überhaupt nicht bis dahin hinspringen. Wer ist das nämlich? Der kommt noch nicht da hoch. Boah, Fandaruto. Ich hab das immer gemacht. Ja, wenn es nicht kliniert hat. Alter. Nö. Ein andermal, ich werd's mal ausprobieren. Mal jetzt. Seltsame Bessie gegen Geisel. Ok. Kakashi gegen Itachi. Dies bis hin ausgewogener Kampf wendet sich allmächtlich zugunsten von Itachi, als plötzlich der Konoha Ninja Gai zur Rettung von Kakashi auftauchte. Das verärgerte Kisame, der daraufhin verlangte Gai soll sich ihm im Kampf stellen. Ok. Jetzt kämpfen wir mal mit Gai. Das kann doch nicht sein, dass Itachi seine Fähigkeiten nicht bis zum Äußersten eingesetzt hat. Er ist unglaublich, dass Sensei Akashi unterlegen sein könnte. Dank Hilfe von Mr. Augenbraue, Sensei Gai konnte er gerade so überleben, aber ist er wirklich in Ordnung? Und die Gegner sind immer noch da. Dieser Kisame ist ebenfalls unglaublich stark. So viel schön fest. Sensei, Mr. Augenbraue, beschützt Sensei Akashi. Wir verlassen es auf dich. Ja, dieser Sprung-Scheiße, der ist einfach nur echt nervig. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Ich hab's zwar einmal geschafft, aber... Begegnarchen-Ungriff verlängert sich dein Chakra. Ach ja, klar. Begegnarchen-Ungriff Ich zeige euch die Kraft des Fähigstärkens. Ich werde dich wegnehmen, in kein Zeitpunkt. Los geht's! Lass ihn sein! 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 Es ist Zeit, um zu spätieren! Lass ihn sein! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Ja, 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 boom! Komm in, bring down a hug! Your mom! Here I go! Gotcha! Oh, no, no! This isn't over! Last one! Here I go! No, keep it! Here I go! Kupf, Kupf! Kupf, Kupf! 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 I'm gonna get stronger and stronger! Kupf! 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 doesn't find me Kupf! Kupf! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020